Es sollen mehr Leute von Crowdfunding erfahren und in meinen Augen ist eine Veranstaltung wie der Crowdday die richtige Veranstaltung, um das zu bewirken. Wir sind also vom ganz obersten Punkt oder vom grundlegenden Punkt des Crowdfundings ausgegangen und haben uns immer weiter in die Materie gearbeitet, bis wir wirklich am tiefsten, bei den tiefsten rechtlichen Fragen des Crowdfundings angelangt sind. Und zusammengefasst, ich glaube heute konnte jeder sehr viel lernen. Gut gelungenes Event und außerdem für mich auch nett, dass ich das erste Mal in Köln sein durfte. Einfach zusammenzukommen, sich auszutauschen und ich glaube es war für alle beteiligt ein großer Gewinn. Wir freuen uns, dass hier ein Forum gegeben wird, dass sich auch die Crowdfunding-Szene in Deutschland, sag ich jetzt mal, ein bisschen formieren kann. Gutes Networking, gute Veranstaltung, gute Themen und das Thema wird ein Stück weiter vorangebracht. Vielen Dank an alle, die da waren, viele Dank an unsere Sponsoren. Bin ich sehr dankbar, dass Dennis das umgesetzt hat und glaube, das war auch ein sehr erfolgreicher Tag heute. Der erste Crowdday in Köln im Startplatz. Wir hatten eine super Stimmung. Wir hatten über 20 Speaker, wir hatten 9 Workshops. Es gab eine Menge zu lernen zu den Themen Crowdfunding und alles, was damit verbunden ist. Ihr seht es, im Hintergrund ist jetzt gerade Networking. Alle Leute haben viel gelernt, sind glücklich. Ich bin's auch.